Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Format nennt sich Hero Zero auf meinem Kanal und das werde ich jetzt auch öfters Let's Plane also nicht so wie mein Klopf dass es auf einmal abbricht ja ich werde es öfters Let's Plane und ich möchte sagen wir nehmen eine Mission an und da wir wahrscheinlich ein bisschen Action wollen nehmen wir eine Prozent Kampfs Mission würde ich vorschlagen ja wir nehmen eine Konfusion und wie kann man ein Team gründen 500 Gold Blablabla wir haben gar nicht gut bestreite den zweiten Mission das passiert ja gleich ja ich weiß dass das nervt natürlich können sie mal versuchten uns zu machen hallo 9 Prozent über die Mäse haben wir nicht richtig nicht natürlich bin auf einem Fall nicht der durch und und ist fertig so und kriegen wir die kleinen Raufbeuge zur Vernunft haben die Bündnis Wohrensöhne Verspringen wir das ganze mal haben zwei Münzen kriegen wir nochmal 20 Münzen sieh dir die Rangliste an das machen wir doch gleich mal warte, wo sind die da? mhm, schick besuche dein, ein Heldenprofil äh, kann ich auch meins nehmen? nein, nein, scheinlich ähm Weltanzeigen sag, sag nein empfand gerecht ist Stufe 3 ok ich erreiche Stufe 3 hoffentlich ich brauche ihn noch, es gibt 415 415 415 ja, reicht Logo, Logo, Logo Booster? ja, stimmt ja ähm, hab ich das schon erwähnt, dass ich schon ein bisschen angezockt habe ja, seht ihr wahrscheinlich ja, ok angezockt ist das falsche wort würde ich mal sagen äh können wir eins, während wir äh, greifen wir an du fett, wenn, ah ja, oh, 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 greift wir die an angreifen mh, ich hab Angst mh, ich hab Angst mh, ich hab Angst mh, ich hab Angst mh, bumm mh, baa komm schon, wir fühlen noch vom Leben her oh, oh, oh ha, ich bin gedotscht, du nutte so ach, schon wieder mh, triffst du mich, ne, triffst du mich ähm, ja hihihi so komm schon, noch ein Hit noch ein Hit ist jetzt gekritet so gewonnen und lol das nämlich doch man habe ich viel gekriegt schlägt öh, ja, nice ähm ja, minus 4 Grips kann man drauf scheißen, ne, selte bestreitet dann 2 ok oh, geil selten, geil damit haben wir auch gleich ein Gürtel, oder ist eher das so ein Gürtel das so ein Gürtel plus Kraft muss ich wieder mh, festen, festen zerstört hm, hab ich mich verrechnet so schlecht wie ich bin mh mh das machen wir da am besten Kampfmission Zeitmission, Zeitmission 3 Minuten gut, dann nehmen wir die an und mache ich hier kurzen Cut und sehen wir uns nachher Mission wieder und da bin ich auch schon wieder ja die Mission ist vorbei und wir sind jetzt endlich Level 3 ok und yeah bänden 27 Münzen so, äh ich muss mal kurz hin und Soundtie leiser stellen ups bam so und dann werden wir, uh, wir können skillen ein bisschen in Kraft rein bisschen in Kraft rein dann wollen wir doch mal ein bisschen Action wieder haben ii m Cut so bin wieder da meine Mutter hat Gott gestört und ja dann ist es auch schon beendet Tür steher auf du so wir springen wir das Ganze einmal was schon gleich Stufe 4 was geht ab 5 Mission erledigt ich rücke mein 500 immer näher was los ein heldenhaftes Lalo Hallo YouTube Dark Master LP Gratulation zum heldenhaften Abschluss des Tutorials jetzt nur nicht nachlassen na, löschen ja, das möchte ich nicht und deswegen nehmen wir mal die Zeitmission an und by the way, ich bin auf Instagram und da Faker Eiger, das steht auch noch unten in der Beschreibung und ja es ist kein Video Werbung verfügbar Wuhu U ja dann wollen wir doch gleich mal wieder gegen einen Tick kämpfen es bringt der so alles 8 Münzen jetzt mache ich für mehr Münzen greife ich doch den an er hat ein bisschen mehr stärker als ich nicht nicht mehr Ausdauer nur so ich hoffe ich besiegt ihn jetzt sonst wäre das echt dumm dann nur ich jetzt ja egal eine Minute 50 noch so was können wir dann machen wir können im Shop neue Ware einmal anfordern oha dunkel so selten bringt das vier uuuu 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 vier Donuts ist mir das wert klar doch kaufe einen seltenen Gegenstand und ich verhalte auch gleich wieder erfahrungen gewöhnlich obwohl das selten ist hä achso hm so so gibt es auch was mit stärke k k k wenige Intuition und ist so rum leichte ok leicht orange verkaufen 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 und verkaufen und verkaufen und verkaufen na ok ahja verkaufen einen alten Gegenstand hab ich gemacht J-Level 5 Okay Sorry, das ist zwar okay Das lädt Okay, so Ja Wartung, da können wir die Werbung hier wegmachen Ah, da ist mein Mauszeiger Das lädt immer noch So Zwei Minuten Nehmen wir das, vier Minuten So Und dann Das ist das von dem Gegenstand Ja, kann man gleich wieder verkaufen So Verkaufen So Ich müsste stärker ein bisschen hochscanen Oh, ich hab zwei Skillpunkte Und Das ist wahrscheinlich noch nicht sehr weit Einfach zum Verknall Gibt's hier noch was Gutes? Ja Geil, wir haben lila Umhang Verkaufen, ja Nein Nein Was Zieh ein Hier drauf Achso, okay Dann Dome Wollen wir ihn doch gleich mal angreifen Oh, das ist so viel Okay, überspringen Überspring, oh, das war knapp Ja, ne Zabon, wie sie doch Wo, wo Wo, wo haben wir da? Ah ja 350 ihre Land Okay Und dann wollen wir sie doch gleich auch noch mal angreifen. Boah, die Kritik da war auch. Auf zum Kritten. Oh Mann, ey. Wo sind wir denn jetzt gerade in der Ehrenhalle? Warte. Da. Da. Mh. 525.000 da. Egal. So. So. Ein Donut. Okay. Was machen wir am besten jetzt? Komm, wir haben gerade einen Donut, und können den nochmal blättern. Nein. 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 Das ist episch und ist nicht besser als Mainz? Oh, das ist gut. Gönnen wir uns das? Ja, verkaufen. Oh, ich brauche mit Stärke. Das ist auch gut. So. Nach dieser Mission beende ich dann einfach mal die Folge. Fähigkeitsbooster, Fähigkeit, das und das. Aha. Äh, da habe ich jetzt mir irgendwas gesaut? Egal. Oh. Bänden. 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 Beenden. Okay. Stufe 6 erreicht. Und skillen. So. Und dann ist das hier auch schon gleich fertig. So. Und jetzt habe ich nochmal vraipoint Split, Fähigkeit, Fähigkeit, ja. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Hero Zero. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst ein Like da, Kommentar, Abo, was ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.